Hallo, grüß dich recht herzlich zum Pfingstmontagswetter. Und dieser Tag ist auf jeden Fall der insgesamt schönste des langen Wochenendes. Wir haben auch im Westen und Süden nur eine geringe Gewittergefahr verglichen mit den letzten paar Tagen. Ansonsten ist sowieso alles sonnig mit nur wenigen harmlosen Wolken. Das liegt an Hoch Sven mit Zentrum jetzt allmählich mehr in Richtung Russland. Und der Gegenspieler dazu, dass tief über Spanien das immer noch leicht angefeuchtete Luft in den Südwesten Deutschlands treibt. Aber ich habe es gesagt, die Schauer- und Gewittergefahr geht zurück. Es gibt im Laufe des Tages nur punktuell, vor allen Dingen über dem Bergland, also Eifel, Westerwald, Hessisches Bergland, Schwarzwald, Schwäbischalb und Allgäu einzelne Gewitter. Aber dort, wo sie runterkommen, können sie ganz schön heftig sein mit Platzregen, mit Starkregen, mit Überflutungsgefahr und mit ein paar kräftigen Böen. Ein paar Wolkenfelder an der Ostseeküste, sonst im Norden und Osten super sonniges Wetter. Und die Gewittergefahr im Südwesten sieht man auch hier in diesem rot markierten Gebiet. Da haben wir die meiste Energie, den meisten Dampf in der Luft und deswegen auch punktuell diese Unwettergefahr. Und etwas weniger Sonnenschein, neun bis maximal zwölf Stunden. Im Norden und Osten teilweise 100 Prozent Sonnenschein und deswegen auch eine hohe Sonnenbrandgefahr. Wenn Sie einen Aufschlug machen, bitte gut eincremen in der Mittagszeit, vor allen Dingen in dem Mittelgebirgen. Da droht schon nach 10, 15 Minuten ein Sonnenbrand. Und noch extremer ist es natürlich auf den Alpengipfeln. Die Temperaturen durchweg im sommerlichen Bereich 22 bis 27 Grad. Zwei Ausnahmen haben wir einmal, Alpenrand 18 Grad und die Küsten an der Ostsee mit auflandigem Wind maximal 15 Grad. Dort der Wind kräftig aus östlichen Richtungen. Im Süden ist er nur schwach unterwegs. Am Abend fallen die Schauer und Gewitter zusammen. Meistens ist es trocken und dann geht es in eine klare Nacht. Und dann geht es in eine klare Nacht.